Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Shaman King Master of the Spirits Teil 2 Wo gibt mir eigentlich schon klar? Haben wir diesen Drachen? Ich glaube ja, dann bringt er uns ja wieder zurück zum... Wie heißt der nochmal? Nein, das ist es nicht. Nein. Ich muss mal... Chloe ist die, Elise ist das, das ist das. Kororo, LiPaiLong ist das. Hab ich den Drachen gar nicht gehört? Are you fucking kidding me? Entschuldigung. So was sagt man ich tu? Ah, ich weiß. Nein, nein. Hallo, reise den Feinden... Stück... Schiebe Holzkisten... Viere Gegner... LiPaiLong... Nein Chloe... Nein Elise... Nein... GrandTileDragon... Zum Ausgangs-Brenndoing passieren wird... Okay... Ähm... Ja... Ähm... Ähm... Irgendwie... Habe ich ihn jetzt nicht ausgerüstet? Doch, ich hab ihn ausgerüstet. Wieso? Oh, das muss immer aktiviert werden... Ja... Ich bin ein Schiesendrache... Okay... Und wenn ich jetzt... Ähm... Hier entlang gehe... Da wird ein Stück sein... Also ich darf jetzt nicht zum Anfang zurück... Verpissen euch! Äh... Verschwinde! Nicht verpissen, sondern... Verschwinde! Verschwinde doch hier alle! Du auch! Du am meisten! Achso... Animaru... Ich muss das Ding jetzt suchen, gell? Ich darf jetzt nichts verpassen... Huuu... Oh, sorry! Da oben ist jetzt auch eine Fledermaus... Jep! Jep! Sie du! Sie mag Teilwellen! Oh! Ich sing jetzt ein Lied für dich! Einen Song kannst du irgendwo anders da singen... Geh zu Deutschland, such dir den Superstore! Achso, da ist der Pocopang... Ich muss da irgendwie rüberspringen... Wer war das nochmal? Ne... Chloe... Achso, das ist der gewesen... Ok... Der Mick... Der Mick war das... Der Mick... Mick mich nicht an! Jack wäscht weiß... Jack wäscht weiß... Haben wir hier mal einen Save-State sicher sagen... Ähm... Entschuldigung, ich muss mal wieder hier ein... Komm... Ähm... Ich muss mal da oben gucken, weil... Die Teile könnten auch da oben sein... Hey... Da ist einer! Ich stehe mal auf... Ich stehe mal auf... Hm, okay... Kann ich jetzt einfach... Ähm... Dragon nehmen? Das sah ein bisschen... Falsch aus... Kann ich mal sagen... Okay... Okay... Ich hab ihn... Okay... Okay... Kann ich jetzt wieder... Ich bin ein Riesen-Drache mit einem Riesen-Kopf... Da komm ich... Noch gar nicht hin... Ach doch... Ich... Mick... Ja... Wenn es klappt... Ich hab ein Save-State hierhin gemacht... Ja... So... Beim nächsten Mal passt es lieber auf... Oder der Save-State macht... Jaja... Jaja... Heißt... Ja... Sprung mir ein bisschen vor... Ähm... Ich wollte gar kein Ziel reden... Wo sind die denn alle verstreut? Hiiii... Hiiii... Da unten ist schon mal... Und da ist einer... Save-State und... Wir versuchen mal Mick... Nein, geht nicht! Oder? Letztes Mal! Nein, geht wirklich nicht! Also... Gehen wir runter! Ich kann die grüne Wand mit meiner Drachenheit zerstören! Oh... Guck mal... Oh... Jetzt gehen wir da... Äh... Wer seid ihr denn? Ah... Mädchen... Ponchi und Konchi... Hilfe! Hilfe! Jo... Es ist schrecklich! Ich... Äh... Ich habe dieses Buch fallen lassen... Und plötzlich ist dieser... klassische Geist erschienen! Tamara! Ich kümmere mich um ihn! Kehr zurück nach Drubi... Viele... Okay! Am sitte ich gut, Jo! Warte, du musst hier nur... Zeigen! Was auch... Kommt schon! Ponchi und Konchi... Bring ihn jo hin! Ach ne! Wir wollten uns entspannen und ein bisschen Spaß haben! Wir werden dir den Weg zeigen, aber mehr tun wir nichts für den... Ponchi und Konchi... Ich gönn die beiden! Einfach bald gleich noch was weitergehen! Wir werden ja diesen gemeinsamen Kennen-Wir-Sternen... Jo, komm! Äh... Fallen wir? Äh, was müssen wir? Was? Fuck! Au! Ähm... Ach! Ach! Wir müssen aufpassen! Geld! Unfallidioten! Erstens, ich hab kein... Nix zu essen! Äh... Nichts zu essen! Und ich hab jetzt zu viel! Danke! 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 Äh... Mach doch grad drunter! Danke! Ach komm, wir haben halt nur... Danke! 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 Bitte komm wieder! So, jetzt haben wir was zu essen! Für die beiden! Ähm, das überspringen wir mal... Ja, ich muss aufpassen! Ach! Ach! Oh, ich bin genau dorthin, wo die Gegner sind! Das ist so safe! Kann ich auch essen, während ich... Die... Die... Essen wir mal... ins Hall... Und machen... Set... Eins... Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss... Ich save's hätte mal hier, Leute! Ach, verschwinde du Geist! Ach, ich bin so ein Held! Ich hab erstens keine Ahnung! Also ich darf jetzt nicht... Hm, ich bleib einfach hier! Ach, das ist langweilig! Ach, das ist langweilig! Ach, das ist langweilig! Ich glaub, ich hab eine Ahnung, aber... Ob die klappt... Was mach ich da? Alter, der ist ja gleich! Ich bin gleich! Alter, der ist ja gleich! Ich bin gleich! Ja, ich weiß, das ist gerade mal so spannend! Ja, Leute, das ist so spannend! Hm, hm, hm! 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 Ich hab die getötet! Die beide? Alle beide? In eine? Ich hab jetzt nicht nachgeschaut, was die beiden, wo ich bekommen habe, ja gemacht haben, glaub ich... Oh, ich hab die beiden bekommen! Senki? Spiel? Was machen die beiden? Die ich jetzt bekommen habe und... Die ich jetzt gerade bekommen habe? Ja! Ja! Senki macht... Blockt Angriffe von vorne! Blockt Angriffe von hinten! Kanter! Ponchi und Konchi Angelschild blockt Frontalangriffe und abfeuert, um deinen Feind aufzuhalten! Okay... Also, wir gehen jetzt da entlang! Oh, ne Wand auf Doom! Ein Gegner auf Doom! Töte Gegner auf Doom! Warte! Warte! Wie komm ich da hoch? Gott! Oh, was geht's denn da schön? Oh, Geld und Flüchte! Okay, geht weiter! Ignorieren wir mal die Geld und Flüchte! Er, Flüchte, genau! Die Flüchte! Hey! Oh no! Vulkan auf Doom stürzt ein! Oh nein, ich komme auch aus dem ersten Teil! Gehen wir einfach geradeaus! Ignorieren wir einfach mal all die Gegner und all die Schätze und all die schönen Dinge im Leben! Mann, das ist was! Schöne Dinge im Leben sollte man nicht ignorieren! Die sollte man... Die sollte man beachten! Äh! Ah, das kann man ja auch mit Mick machen! Äh! Oder? Haben wir die... Hä? Haben wir das mit Mick nicht aufgesammelt? Haben wir das mit Mick nicht aufgesammelt? Ja, ihr hört gerade wie ich... Eine... Gamepad vergewaltige! Okay, ich komme hier nicht weiter ohne die... Also ich habe ein Safeset gemacht, ja! Da komme ich irgendwie weiter... Ähm, ja... Ist halt auch... Ähm... Ich bin vergiftet? Ah, wir können ja auch oben weiter... Ja, spring einfach mal in der Luft herum! Willkommen! Ich bin vergiftet!